Wir sind in der Verpackung, in der Erleuchtung, in allem Möglichen. Das Gleiche ist mit Energydrinks nicht, wenn wir hinschauen. Unsere moderne Warenwelt hat sich total verschoben. Und jetzt hat es sehr viel mit erneuerbarer Energie- und Klimapolitik zu tun. Wir müssen sozusagen auch unser Produktionsapparat umstellen. Und diese Diskussion ist leider darin noch mitgeführt.